Was erwartet dich heute Abend? Also ich erwarte in jedem Fall heute, was sind Wolken? Das heißt, auch wenn wir alle Wolken natürlich kennen, wollen wir trotzdem kurz über Wolken sprechen. Was Wolken sind, wie die definiert sind und so, was wollen wir heute machen. Was ganz wichtig ist und darum geht es ja letztendlich heute Abend auch Wolken mit Mehrwert. Also warum Wolken, was bringen uns die Wolken oder unseren Pferden natürlich auch. Also das werden wir auch besprechen. Was die Wolke kann, ich glaube, das ist sehr unterschätzt, was die Wolke alles eben an Mehrwert bringen kann und in welchen Bereichen sie uns hilft. Hilfengebung in der Wolke, das ist natürlich auch noch wichtig. Wenn wir sagen, wir wollen die richtig reiten, dann müssten wir natürlich auch wissen, wie wir die Hilfen richtig geben. Die Wolke als solche, werden wir uns auch anschauen. Wir werden über Hilfsmittel reden in der Wolke, um die Wolken zu verbessern. Erfolgstipps, ganz wichtig, damit wir eben auch diese Wolken schön reiten können oder richtig reiten können. Stolperfallen bzw. Hilfestellung, also das heißt, was ist so eine typische Herausforderung und wie können wir der so ein bisschen entgegenwirken. Das ist dieser Punkt. Und Wolkenvariationen werden wir auch anschauen und natürlich, wie es weitergeht. Also wir haben ein bisschen was vor. Man sieht das, glaube ich, schon. Und das... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020